Hey zusammen, ihr seid jetzt hier in meinen heiligen Hallen, da wo die Berichte ihren Ursprung finden und wo die Ideen jetzt soweit Früchte tragen und geboren werden. Ich möchte mich auf diesem Wege bei euch allen noch mal recht herzlich bedanken für die zahlreichen Geburtstagsgrüße, E-Mails, Kommentare und Pinnwand-Einträge. Es war echt überwältigend. Also ich habe es denn gestern echt geschafft, dass Facebook komplett abgestürzt ist, weil es einfach zu viel war für meinen kleinen Rechner. Ja, ich danke euch recht herzlich. Es tut mir leid, dass ich nicht alles beantworten konnte. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Zeit genommen oder nehme jetzt die Zeit, noch mal alles durchzulesen. Also auf diesem Wege noch mal danke für eure Kommentare, für eure Glückwünsche. Vielen Dank, ich fühle mich echt geehrt. Danke. Bis zum nächsten Mal. As long as we are blind